Die Firma Mertens steht für Qualität, für Innovation. Also wir sind nicht derjenige, der einfach etwas von der Stange her bedient, sondern wir sind eher so der Problemlöser, auch im ganz Kleinen. Ich denke, Mertens steht für Zuverlässigkeit und der Name ist bekannt, speziell in der Schokoladen-Süßwaren-Industrie. Dadurch, dass wir für die Branche eine relativ kleine Firma sind, arbeiten wir halt auch sehr eng zusammen. Das heißt, wir können sehr schnell gemeinsam Probleme bearbeiten. Die Innovationskraft von Mertens entsteht eigentlich dadurch, dass wir nonstop vom Markt mitbekommen, was benötigt wird. Nämlich in der Weise, dass ein Kunde anruft hier beim Vertrieb und sagt, Mensch, ich habe da folgendes Problem, das und das, ich weiß da nicht so richtig weiter, habt ihr nicht eine Lösung dafür? Also sprich, die Vertriebler wie wir, die jeden Tag vor Ort beim Kunden sind, das ist einfach die Stärke von Mertens. Die Firma Mertens besteht seit über 80 Jahren und da haben sich schon sehr langjährige Verbindungen aufgebaut. Vielfach sind das ja keine Geschäftspartnerschaften mehr, sind das schon mehr Freundschaften. Bei vielen ist man schon beim Perdue angekommen. Also das ist wirklich ein sehr enges, ein sehr partnerschaftliches Verhältnis. K2390 kann verwendet werden in allen Branchen. Das ist eine vollkommen neue Drahtlegierung, die die Eigenschaften von Federstahl und Edelstahl ineinander kombiniert. Das heißt zum einen die mechanischen Eigenschaften des Federstahles, die wichtig sind für die Fertigung des Kunden und die Korrosionsbeständigkeit auf der anderen Seite. K2390 ist eine echte Innovation. Wir geben ihm sozusagen ein Werkzeug an die Hand, die es ihm ermöglicht, eine Zertifizierung anzustreben und durchzusetzen. K2390 ist zurzeit einfach das am besten verfügbare Material, was es gibt am Markt. Ich bin froh, dass wir da drauf gekommen sind. Ich bin froh, dass wir da drauf gekommen sind.